Mit einer Ausstellung von Anita Wittek, Es ist so wie es scheint, nimmt die Kunsthalle Graz zum ersten Mal im steirischen Herbst teil. Ihr Projekt behandelt den Umraum der Kunsthalle Graz und die Stadtentwicklungsprobleme im Umraum der Kunsthalle Graz, die in der Konrad-von-Hötzendorf-Straße gelegen ist. Sie entwickelt eine begehbare Collage aus gefundenen Materialien wie Werbemittel, historischen Ansichten und Ansichten der Kunsthalle Graz in einer Collage, die im Inneren der Kunsthalle zu sehen sein wird.